Hey Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Channel und ihr wisst es vielleicht oder ihr wisst es auch nicht, im Dezember, also zu Weihnachten, beziehungsweise zu Silvester, habe ich eine Verlosung angekündigt und zwar die PS4 kommt unter den Hammer, bekommt einen neuen Besitzer. Leider habt ihr es nicht so geliked, wie ich es gerne hätte, ich hätte gerne 1000 Likes auf dem Video gehabt, aber ihr seid einfach zu faul umzudrücken, beziehungsweise es gibt auch sehr viele Neidler, die einfach ein Dislike da lassen und ja, viele Worte wenig Sinn, auf gut Deutsch, ich habe noch die eine oder andere Playstation, die ich wegbekommen muss und somit starte ich das Gewinnspiel ohne diese 1000 Likes und zwar habt ihr 4 Wochen Zeit, das spricht am 8. Mai, am 8.5. diesen Jahres, wird sie per Zufallsprinzip einen neuen Besitzer finden. Ihr kennt das vielleicht aus den anderen Gewinnspielen, wie das funktioniert, wer es nicht kennt, hier eine kurze Beschreibung und zwar, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr mir einen Kommentar unter diesem Video lassen und ihr müsst Abonnent sein, wer kein Abonnent ist und trotzdem gewinnt, bekommt es nicht, so einfach ist es. Ja, vielleicht habt ihr Lust und teilt das und liked das und dann würde ich sagen, wir sehen uns bestimmt im nächsten Video, beim nächsten Giveaway, weil es gibt jetzt wieder mehrere, der ganze Sommer wird sich ziehen und zwar alle 14 Tage Giveaway, also einmal größer, einmal kleiner, einmal auf YouTube, einmal auf Facebook oder je nachdem im Livestream, je nachdem wie ich Zeit habe, wird es passieren. Also, hinterlasst ein Like, hinterlasst ein Kommentar und ich würde mich freuen, wenn sehr viele Leute wieder bei der Verlosung mitmachen. Das war's für dieses Giveaway, Bye.